Puppenwagen, Eisenbahn, Kaufladen, große Puppen, kleine Puppen, Teddybär, Rennwagen. Es ist gleich, wo es hingeht. Kinder wollen überall spielen und Spaß haben. Unterwegs ist weniger, oft mehr. Großen Spaß machen die kleinen Mitnahmespiele von NB. Vier gewinnt, Wortüftel, alle neune, Spiel des Wissens und viele, viele mehr. So toll, so klein.